herzlich willkommen meine lieben freunde bei der folge 18 das war ja ein trauriger abgang beim letzten mal wir haben jetzt aber irgendwie eine neue figur freigescheitelt ich überlege gerade ob wir mit der spielen sollten immer mal erstmal zum hauptmenü zurück und gucken uns mal an was das auch nein wir müssen ja ganz von vorne anfangen ja klar so ist es jemand charakter mal gucken was das für neuer charakter ist der seelenlose automat beim essen ist dann nicht wählerisch er wird durch blitze aufgeladen und bei regen beschädigt kann mit zahnrädern verbessert ich bin ich ja jetzt ein bisschen unsicher wir wollen mal diesen dicken hier nehmen passt es aber nicht mit der perücke nein wir nehmen sie noch mal oder ein mann 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 die finde ich eigentlich total cool die brandstifterin immun gegen feuer hat ein hübsches feuerzeug setzt branse und brände wenn sie nervös wird die ist gut ich bin jetzt mal mit der es war ja glaube ich die abigail die hatten wir ja schon mal waren naja so jetzt müssen wir wieder von ganz von vorne anfangen ist das nicht dramatisch das ist absolut dramatisch na gut dann machen wir mal weiter hey kumpel du siehst nicht gut aus ja können wir schon können wir schon so und jetzt sammeln wir uns gleich mal die blumen ein so diesmal werden wir eine ganze andere strategie wir werden jetzt mal mehr mehr darauf achten dass wir uns essen einsammeln dass das war immer essen primär wir dürfen halt niemals irgendeine mohrübe oder essen irgendwo stehen lassen wenn wir wenn wir überleben wollen war so ok nehmen wir jetzt hier das gras auch und wir nehmen auch noch die blumen eigentlich müsste ich jetzt eine schwarze perücke aufsetzen und mich jetzt hier wieder mit diesem avatar zu identifizieren aber das machen wir dann vielleicht in der nächsten folge so ja feuerstein blume bären sind gut und wisst ihr was ich brauche eine achse weil jetzt kommt gleich die nacht dann habe ich nichts so komm mach mal hier vorher jetzt für eine nacht das ist ja mal es ist mir immer noch in den knochen dass ich letztes mal wieder gestorben bin ich habe auch ich hatte zwar diesen bummerang aber was willst du denn gegen die hunde machen kannst du doch gar nichts machen selbst wenn ich diese strohrüstung angezogen hätte da fällt mir gerade wieder ein wollte ich nicht primär nahrungsmittel sammeln komm wir suchen mal weiter nach nahrung hier ist noch nahrung sehr schön setzschlingen brauchen wir auch noch wenn wir jetzt nicht alles hier absammeln ist das nicht so schlimm weil dann können wir wenigstens ein bisschen länger hier in der gegend bleiben jetzt wurde ja scheinbar auch dann eine völlig neue welt generiert das würde ich noch vermuten so dann sieht er jetzt hier mal mit der facecam wie viel kaffee ich immer die ganze zeit trinke lecker lecker kann ich jetzt nur noch sagen weiter geht's blumen brauchen wir auch ja dann machen wir uns wieder so einen schönen blumenkranz aber ich glaube da brauchen wir 12 stück von ne bern sehr schön bern ok blumen ok sammeln sehr schön der anfang ist ja immer ziemlich leicht krass stoppen sind irgendwie sinnlos sagt sie ok hast recht du bist auch sinnlos du komischer trutan ok eines tals werde ich dich essen oh ich höre bienen mal so viel blumen komm machen wir uns gleich einen blumenkranz ja oh jetzt müssen wir uns auch ein feuer machen machen wir gleich hier ok sehr schön holz rein machen so und kochen ich hoffe mal ich hoffe mal das gekochte nahrung länger reicht als ähm äh äh als ungekochte so sehr schön holz abbauen ja ja mühselig ernährt sich das Murmeltier oder hieß das nicht so oder wie hieß das mühselig ernährt sich der Beutelratenträger oder mühselig ernährt sich der Müh oder müh ok ist gut ist gut äh ach guck mal Moorrüben die können wir jetzt noch ganz schnell auskramen das Gras nehmen wir noch mit den feuersteinen sammeln wir auch noch ein dieses Gras nehmen wir auch mit und das nehmen wir auch noch mit und dann werden wir noch den Baum hier abfällen so schön sehr schön sehr schön so klasse die Tannenzapfen kann man übrigens schön ins feuer ins brennmaterial rein machen muss man aufpassen dass der Wald hier nicht an und sie hat ja ein feuerzeug dabei guck mal cool wir zünden mal den Wald kurz mal an juhu los entzünde den Wald jaha feuer tut mir ja nichts an da können wir dann schön Kohle ernten das wäre vielleicht was was man dann machen sollte wenn diese komischen Hunde kommen was man da dann vielleicht tatsächlich den Wald entzündet das wird gleich ganz dunkel oh nein 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 Hilfe jetzt habe ich ja wieder scheiße gebaut nein nein ich habe scheiße gebaut scheiße gebaut schnell weg total sinnlos hier im dunkeln nein oh Gott nein nein ich habe keine Angst vor dir vor wem denn nein vor wem denn oh Gott wiederholen wir fangen wieder von vorne an ok wir haben wieder was über Bienen gelernt Bienen schlafen nachts nicht und selbst wenn sie schlafen dann kommen sie nachts raus ich weiß es ist uns langweilig für euch unter Umständen für mich ist es trotzdem geil auch wenn ich immer wieder sterbe so trinken wir noch einen Entspannungsschluck äh Wasser diesmal wenn wir so viel reden müssen so weiter geht's Blumen nehmen Blumen nehmen Samen nehmen Blumen nehmen ich liebe ja wenn es deutsche Mods für die Spiele gibt bei Prison Architect auch da gibt es ja auch einen deutschen Mod ähm ganz großes Respekt vor den Leuten die das zur Verfügung stellen dass die im Prinzip nicht sagen ey heutzutage ist es doch normal da muss jeder eigentlich können nein die sagen wir haben da vollstes Verständnis für dass es Leute gibt die äh lieber mit deutschen Mods spielen so sehr schön nimm Gras ja nimm mehr Essen wär cool können wir uns eigentlich schon eine Axt holen ja brauchen wir auf jeden Fall ja ein paar Bäume dann für heute Nacht noch werden wir gleich mal mitnehmen was liegt denn da rum da liegen Seile rum das ist natürlich sehr cool Seile sind cool weil ähm da braucht man ganz schön viel Ressourcen um Seile zu produzieren Seile cool oh und so viele eins zwei drei vier fünf Seile und Skelett ok da wird immer das gleiche ich hoffe ihr ging in Glanz und Florian haha wir hätten den Bienen das Bienending anzünden sollen fällt mir gerade ein nicht angreifen sondern einfach mit einem Feuerzeug anzünden vielleicht kann man das Feuerzeug als Waffe nehmen wollen wir das gleich mal probieren ne das ist ja keiner der stehen bleibt na ist egal mal weiter sammeln wo ist die Axt also selbst ohne Brille die wäre mir lieber wenn die ähm Werkzeuge irgendwie immer auf dem gleichen Slot bleiben würden wenn die immer hier hinten werden in dem Bereich wo wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis dahin sammeln wir mal alles so ein hier Nahrung sieht immer noch nicht so gut aus ah guck mal wir können ja schon mal eine Falle bauen wollen wir dann gleich hier bleiben ne eine Falle können wir noch gar nicht bauen weil wir uns fehlt noch krass ok na gut dann erkunden wir mal hier ein bisschen da ist ein Wurmloch ok hier ist ein Froschteich gut das ist auch äh die sind auch gefährlich die greifen auch an deshalb gehe ich ja auch mal nah ran an den Teich äh so au ein Bärenbusch danke für den Busch nehmen wir die Setzling ne Blume man braucht so viel Gras es ist unglaublich so bald können wir uns wieder Blumendings bauen äh Blumenkranz für unsere Psyche jetzt Quäfte einem Blumenkranz ja sehr schön das sieht doch immer sehr angenehm aus so isa so jetzt wird es gleich wieder dunkel wir brauchen aber noch kein Feuer machen ne Kräfte mal vorsichtshalber eine Fackel ok nächstes mal wenn wir wegrennen müssen dass wir dann wenigstens diese Fackel haben oh schon wieder ein Bienen ah jetzt können wir gleich mal probieren ob man das anzünden kann da 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 lockere oh Mist ach ist ja cool das Feuerzeug ist wie eine Lampe ich glaube ich glaube die Bienen kommen eigentlich ewig hinterher hoffe ich mal vielleicht ist es schon leiser geworden das war es schon mit den Bienen werden wir mal hier das ist ja cool mit dem Feuerzeug oder ist doch geil brauchen wir gar keine Fackel zu craften hier guck mal hier hier gibt es Hasenbauer das wäre doch vielleicht ne Variante das man dann hier Fallen baut. Kann man denn schon eine Falle bauen? Eine, ja. Oh, da braucht man aber auch echt immer viel. Was kann ich denn hier eigentlich machen? Gar nichts. Komm, wir gehen mal weiter weg hier. Wo ich ein bisschen Holz vielleicht abernten kann. So. Die Huster, die blende ich immer aus, soweit ich es nicht vergesse. Soweit ich es nicht vergesse. So, jetzt hier oben aber. Hier, guck mal hier. Hier ist doch ein schöner Platz für unser Übernachtungsfeuerschild. So. Hier. Sehr schön. Und Holz reinhauen. So, dann werden wir mal wieder auf die Axt wechseln. Und hier Bäumchen füllen. So. Hier, äh, an so eine Pilze würden wir, glaube ich, lieber nicht mehr rangehen. Wir hatten ja schon mal eine fette Pilze. Ah, nee, das war eine Blumenvergiftung. Wir hatten schon mal eine fette Blumenvergiftung. So, ja, nehmen wir den Satz legen. So, jetzt aber. Gut, er hat sich versteckt, der Pilz. Habt ihr gesehen? So, jetzt kochen wir uns was und zu essen erst mal. So. Die Samen haben wir auch noch einmal. Das ist gut. Gras, eine Blume. Wollen wir eine Blume essen? Guck mal, oh, unsere Lebensenergie ist ja total runter. Ich weiß gar nicht genau, was man da so macht. Kann man die kochen? Nee. Also, man könnte denken, dass hier, ähm, die Lebensenergie immer um einsteigt, wenn man eine Blume isst. Oh nein, denn, das, diesen Fehler hatten wir schon mal gemacht. Das werden wir jetzt nicht normal machen, glaube ich. Das holt man hier mal ins Brennmaterial rein. So. Wir warten mal schnell, bis das Tag wird. Na, haben wir schon mal den ersten Tag überlebt. Ist ja ein endloses Spiel, wenn wir erstmal den neuen DLC kaufen. Nächsten Monat kann ich wieder was kaufen. Diesen Monat ist Kaufschluss. Dann kaufen wir den DLC, wenn er rauskommt. Irgendwas mit Giants. Da gibt es jetzt scheinbar irgendwelche Giants, Riesenmonts. Guck mal, wir essen die Blume einfach. Ah, pro Blume kriegen wir eine Energie, eine Herzenergie mehr. Das ist gut. So, dann können wir jetzt eigentlich hier schon wieder gucken, ob dafür... Ah, ist das nicht hier ein Spawnpunkt? Ja, sehr geil. Okay, dann haben wir schon mal eine Möglichkeit, dass wir einmal respawned werden. Vielleicht sollten wir dann doch so ein bisschen hier in der Nähe bleiben. Ich will mal unseren... Oh, guck mal. Vielleicht mal unseren... Warte mal, wir machen mal noch eine Falle. Unsere Falle... Äh, hier. Ist kein Hase drin. Naja. Eines Tages wird da auch mal ein Hase kommen. Oh, die Folge neigt sich im Ende zu, meine lieben Freunde. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Was können wir hier noch erkunden? Och, das ist ja... Der Anfang macht eigentlich auch fast immer noch am meisten Spaß. Äh, warte mal. Guck mal, hier gibt es noch so viel zu erkunden. Ja, da hätte ich die Falle hinstellen sollen. Jetzt habe ich aber nicht genug Material für eine Falle. Noch eine Blume. Wie viel Gras man braucht, das geht überhaupt nicht. Naja, Felsen, okay. Wann braucht man die schon mal? So, jetzt werden wir erstmal wieder Nahrung suchen. Da werden die Gegend ein bisschen erkunden. Jetzt können wir bestimmt schon... Was brauchen wir da eigentlich? Ach, da brauchen wir doch Felsen und zwar 12. Ah, okay. Macht also doch Sinn mit dem Felsen. Guck mal, hier haben wir gleich zwei. Dann können wir uns hier oben eigentlich ein festes Lager einrichten. Der Blick auf die Uhr, meine lieben Freunde. Es ist Zeit zu gehen. Aber wir können natürlich, wenn wir uns hier unser Hauptlager hinleuten, dann hätten wir hier mal eine unendliche Dummquelle. Und später vielleicht sogar Nahrung. Lass uns mal hier so ein bisschen in der Nähe von dieser Wüste nochmal gucken, was es hier so gibt. Oh, okay, 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 oh, okay. Wird es jetzt schon dunkel? Guck mal, hier ist ein Weg. Kann man den Weg langlaufen? Guck mal, da hin. Guck mal, Gold. Oh, cool. Nein! Ein Vogel. Lass mich, lass mich, nein, lass mich. Ich habe dir doch gar nichts getan. Warum kommst du mir hinterher? Oh, hier sind ja Goldvorräte bis zum Abwinken. Oh, das war aber ein komischer Vogel. So. Heb auf den Felsen, heb auf den Felsen. Kannst du jetzt schon ein festes Feuer machen? Immer noch nicht. Wie viel noch? Zwei Felsen? Ja, ja, das wird nacht. Wo ist denn hier unser Lager eigentlich? Das ist nicht fest, wa? Hm, okay. Hat sich schon wieder in Luft aufgelöst. Gut, machen wir hier ein Feuerschen. Hier oben. Dann können wir noch ein bisschen Holz hacken. Hier so. Ja, schön. Holz reinpacken und Holz hacken. Ja. Holz. Holz ist gut. Holz ist gut. Gut. Gut ist Holz. Holz ist gut. Oh, zwei Tage schon. Mein lieber Herr Sankzwein. Das ist ja richtig cool. Achs kaputt. Na los, dann kräfte man. Nein, sag nicht. Du kannst gerne Achs bauen. Bau mir eine neue Achs. Ja. Schade, dass man das ja gleich alles wieder verfeuert, was man hier einsammelt. Hier ist doch noch ein Baum. Komm, den können wir noch schnell abhauen, bevor es richtig düster wird. So. Wir haben immer noch Zeit. Guck mal, wir schnappen uns hier den noch. Das schaffen wir noch. Das sind noch ein paar Minuten. Ein paar Minuten noch. Ah, ho, ho, Holz. Holz. Der Tanzhapfen Holz. Guck mal hier, können wir noch was einsammeln. Na, schau mal hier, das wird jetzt richtig knapp. Muah. Zurück zum Feuer. Jetzt wird es gleich richtig dunkel, oder? Wie viele Tanzhapfen haben wir denn? Ah komm, wir kochen uns mal was schönes. Ich glaube, wir haben hier wieder sträflich die Nahrung vernachlässigt. Komm, wir holen noch mal Tanzhapfen rein in die Hände. Karotten. Diese Arme noch zwei. Okay. So, die Nacht werden wir jetzt noch zusammen durchstehen. Und dann... Nein, werden wir nicht. Die Folge ist jetzt vorbei. So, Basta. Die Folge ist vorbei. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Huhu. Auf Wihö. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. und dann kurz hier. Aber haben die glas auch immer noch. Vous d emotive Jäb Allah auf die erstenficiente Mal mit unserem kann. Die description eje vídeoskuchen.